So Leute, ein neues heißes Gerücht steht im Raum, viele dürften es schon mitbekommen haben, ob es dann wirklich wahr wird, wird man sehen. Olli Hüsing, ja genau, Olli Hüsing, ihr habt richtig gehört, Captain America, den Spitznamen, den wir ihm gegeben haben, steht kurz vor seinem dritten Comeback zu unserem FC Hansa. Was zahlt sich davon, was soll man sagen, ob es wirklich wahr wird, wird man in den nächsten Tagen, Wochen sehen, eins kann man auf jeden Fall schon mal festhalten, Arminia Bielefeld ist abgestiegen, gestern haben sie es nicht schaffen können, sich gegen Wien-Wiesbaden durchzusetzen, dementsprechend ist er ablösefrei zu haben und da klingelt es natürlich direkt in den Ohren. Ja, okay, einfach nur sein Gehalt zahlen, kann man machen für einen gestandenen Zweitliga-Verteidiger, vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Es hat Vor- und Nachteile, wir werden heute auf alles eingehen, was ich natürlich dann auch zu sagen habe. Eins ist klar, rosig wird der Empfang von vielen Fans wahrscheinlich nicht sein, verständlicherweise, weil er uns immer wieder den Rücken gekehrt hat. Könnt ihr euch eine Rückkehr von Hüsing überhaupt vorstellen? Was sagt ihr dazu? Findet ihr es gut, schlecht? Das gerne alles mal unten rein. Ich bin da wirklich wieder ein bisschen zwiegespalten. Von allen wird er wahrscheinlich nicht mit offenen Armen empfangen werden, aber vielleicht muss das ja auch gar nicht, denn das Ganze ist noch nicht durch. Das ist nur ein Gerücht laut Sky. Tusche hat schon wieder ausgeplaudert. Matuschka kennt ihr vielleicht, dass das Ding so gut wie fix sein soll. Er hatte auch Recht mit der Hertel-Entlassung und der Patrick-Glöckner-Verpflichtung. Deshalb immer mit Bedacht. Man kann natürlich trotzdem schon mal darüber sprechen, ob wir Hüsing, wie gesagt, überhaupt brauchen. Eins ist klar, auf der Innenverteidiger-Position haben wir auf jeden Fall Bedarf. Und würde ich schon gerne einen sehen, der da nochmal als Leader vorgeht. Und auch damals die Rolle bei unserem FC Hansa hat er eigentlich immer sehr, sehr gut erfüllt. Torgefährlich als Verteidiger. Eckball, wenn die Ecken kommen, dann ist es immer heiß gewesen, musste man auf ihn aufpassen. Und das eine oder andere Mal hat er dann sogar auch den Ball einnetzen können. Bedeutet, ja, ich könnte mir vorstellen, dass er uns eventuell weiterhelfen würde. Ob er denn auch zu schätzen weiß, endlich mal die Kogge auf der Brust zu tragen, das ist eine andere Frage. Wenn man sich die Transferhistorie anschaut, kommt aus der Bremen-Jugend. Dann haben wir ihn ausgeliehen. Wir waren alle zufrieden mit ihm, wollten ihn fest verpflichten. Hat sich dann aber entschieden, nach Ungarn zu gehen. Ist dort ungarischer Meister geworden. Wir haben ihn wiedergeholt. Dort hat er auch wieder ein sehr, sehr gutes Jahr hinter sich gebracht. Und hat dann kurze Zeit später den Schritt in die zweite Liga gewagt. Kann man ihm eventuell auch gar nicht so übel nehmen. Er war immer eigentlich einer der Besten in unserem Kader. Und wenn man die Chance hat, eine Liga höher zu spielen, vor allem als Profifußballer, dann ist es legitim, auch dorthin zu wechseln. Trotzdem hat das so einen faden Beigeschmack, weil wir halt auch am Anfang der letzten Saison an ihm interessiert gewesen sind. Er sich dann aber für Arminia Bielefeld entschieden hat, aufgrund der Perspektive, wahrscheinlich auch des Geldes wegen. Und weil er dort mehr Potenzial gesehen hat. Hinterher ist man immer schlauer. Aber Bielefeld ist jetzt abgestiegen. Wir haben eine gute Saison dann noch zu Ende gebracht. Auch wenn es sehr, sehr holprig war zwischenzeitlich. Vielleicht hätte er den Weg eher erstmal zu uns finden sollen. Aber ganz ehrlich, das ist halt dieses Fußballgeschäft. Ja, wer kann davon ausgehen, dass du als Erstliga-Absteiger mit Arminia Bielefeld dann sogar durchgereicht wirst in Liga 3. Muss man auch ehrlich sein. Ist auf jeden Fall nicht ganz einfach. Viele Stimmen sagen, jetzt kommt er auf einmal wieder an, weil er nicht weiß, wo er hin soll. Dann sind wir wieder gut für ihn. Hat Han sein Herz, nimmt ihn auf. Keiner weiß es. Ich bin mir aber eigentlich schon sicher, dass auch andere Vereine an ihm interessiert sind. Deshalb muss man das Ganze auch erstmal abwarten. Trotzdem kann ich jeden verstehen, der vielleicht keine Lust mehr hat auf Olli Hüsegen. Das Ganze hin und her. Dazu kommt noch, dass er in diesem Jahr eine recht schwache Saison gespielt hat bei Arminia Bielefeld. Zwischenzeitlich auch seinen Stammplatz verloren. Und gestern, das Relegationsspiel, habe ich mir angeschaut, da war er wieder auf dem Platz und hat für mich einen stabilen Eindruck hinterlassen. Auch wenn er den Ball unglücklich abgefälscht hat zum Gegentreffer, zum 1 zu 2, hatte er trotzdem als Verteidiger seine Torgefährlichkeit zeigen können. Wo er dann beim Eckball die Latte getroffen hat mit dem Kopf. Da war er eigentlich schon recht präsent und hat auch sehr, sehr viele Zweikämpfe gewonnen. Und ich glaube über 80, 90 Prozent. Wenn wir das Seuchen von Arminia Bielefeld jetzt einfach mal ausblenden und auf die Saisons davor blicken, dann galt Olli Hüsegen eigentlich immer als einer der besten Innenverteidiger der 2. Liga. Zu seiner Zeit in Heidenheim hat er eigentlich immer richtig gut gespielt, die besten Leistungen gebracht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er eine wichtige Rolle wieder einnehmen würde bei unserem FC Hansa, wenn er sich wieder hundertprozentig voll fokussiert, identifiziert mit dem Verein und einfach mal zu schätzen weiß, was er an uns hat, an unserem Verein, die Fans, die Leidenschaft. Wir haben ihm ja nicht ohne Grund den Spitznamen gegeben, Captain America. Er ist allerdings nicht mehr der Jüngste mit 30 Jahren. Okay, ist man so langsam in einem Alter, wo man seine Karriere dann auch ausklingen lässt. Ich denke trotzdem, auf 2, 3 Jahre gesehen kann er noch easy, sage ich mal, auf Top-Niveau spielen und mithalten. Nur stellt sich jetzt dann auch die Frage, sollte man Olli Hüsegen wirklich verpflichten? Was passiert dann mit einem Rick van Drongelen oder auch Ryan Malone? Da ist die Zukunft noch offen. Und kann man einen Rick van Drongelen überhaupt dann noch holen, wenn man das Gehalt, sage ich mal, eher in Hüsing steckt? Mir wäre es wahrscheinlich schon lieber, auf van Drongelen zu setzen. Das ist halt einfach ein junger, ambitionierter Typ, der Bock hat zu spielen. Und wir wissen alle, wie viel und wie sehr er uns geholfen hat in dieser Saison. Ein Transfer von Hüsing hätte also seine Vor- und Nachteile. Ich persönlich würde eher das Geld versuchen, in Rick van Drongelen zu stecken. Wenn Hüsing kommt, dann wird es meiner Meinung nach extrem schwer, van Drongelen zu halten, weil die Gehaltsforderungen dementsprechend hoch sind und man sich wahrscheinlich für einen von diesen beiden Verteidigern, Spielern entscheiden muss. Malone, bekommt er überhaupt eine Vertragsverlängerung? Das ist auch noch offen. Wäre schön, aber ich glaube, sollte man Hüsing dann wirklich holen, dass es für beide keine Zukunft gibt. Man wird es sehen. Man wird es sehen. Es steht ja auch noch ein weiterer Innenverteidiger im Raum von Dynamo Dresden. Knipping kann man vielleicht auch noch mal in einem anderen Video näher drauf eingehen. Es ist halt wirklich so, keine Ahnung, auf der einen Seite sehe ich immer das Positive, auf der anderen Seite geht es mir genauso wie die meisten. Abschließendes Fazit. Was sage ich jetzt dazu? Ich würde das Geld auf jeden Fall erstmal in van Drongelen stecken. Wenn wir van Drongelen verpflichtet haben, dann würde ich theoretisch auch noch einen Transfer von Oli Hüsing begrüßen. Wie gut wären wir dann aufgestellt in der Innenverteidigung? Sind wir mal ehrlich. Van Drongelen, Rossi und Hüsing, das wäre schon top. Wenn man allerdings auf das Menschliche guckt und natürlich auch immer wieder dieses Hin und Her, dann kann ich viele auch verstehen, dass sie keinen Bock mehr haben auf Oliver Hüsing. Es ist wirklich schwer einzuschätzen, ob es dann jetzt auch wirklich zu einem Transfer kommt. Es gibt auch noch andere Innenverteidiger, wo wir angeblich Interesse haben. Von Dynamo Dresden zum Beispiel Knipping, weil ja jetzt auch der Walter am Start ist, ist das vielleicht auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass man sich dort auch noch ein bisschen bereichern kann. Also bei Dynamo Dresden. Schwieriges Thema. Ich bin auf eure Meinung sehr, sehr gespannt. Würdet ihr Hüsing mit offenen Armen nochmal empfangen? Ist das Ganze jetzt dann auch in den nächsten Tagen dann schon durch? Oder kommt vielleicht doch nochmal Interesse von einem anderen Verein, was ich mir auch vorstellen kann und er dann eher dort hingeht, weil er vielleicht auch schon viele Kommentare gelesen hat? Das ist natürlich dann auch für einen Spieler nicht so einfach, wenn die meisten Fans gar keinen Bock drauf haben. Dann denkt er sich wahrscheinlich auch, nee, dann gehe ich vielleicht doch irgendwie zu... Boah, keine Ahnung, wer kann den denn verpflichten? Braunschweig, was weiß ich, Van Dronglen und Hüsing als Doppelpack. Das wäre eigentlich schon so eine Trauminverteilung mit Rossi. Kann man auf jeden Fall drüber reden, spekulieren und sich dann vorstellen, wenn es soweit ist. Das soll es erstmal gewesen sein. Ich glaube, die Transferperiode könnte in diesem Sommer sehr interessant werden, auch wenn Walter schon gesagt hat, dass es keinen so großen Umbruch geben wird. Ist schon mal gut, dass die meisten Spieler, der Kern der Mannschaft einfach zusammenbleibt. Danke für eine positive Bewertung. Bleibt stabil, haut rein. Wir sehen uns, denke ich, bald wieder und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.